willkommen zum legendären run des kampf der ritter allianz quest events wunderbare name wunderbares event braucht jeder und wir gucken mal dass wir jetzt bei legendär vorankommen jetzt hat sich erstmal noch nichts getan ja wir sind immer noch hier in dieser wunderschönen vorbereitungsphase um uns dann in einen wunderschönen endrun zu begeben und hier legendär habe ich gestern auch schon mal angefangen aber noch nichts brillantes das war dieses team wobei wir natürlich auch hat er mal minus 44 es ist wie gunner also wenn ich jetzt das ich überlege entweder blau oder rot und wenn ich das jetzt so transferiere gunner wilbur gut dann hätten wir die beiden wichtigen dann dicker damage bei blau ja gut ja kobold und richard hier habe ich kohlen und kagern und ich habe nur jemanden der den entscheidenden touch macht mit dem er die roten steine kritisch macht wer wäre wer wäre denn mein blaues team warte mal nur mal so krampus attack ab minions kosten aber zeit ist gar nicht mal so gut kobold richard aber er eher defensiv geprägt ist ne glaube ich habe bessere karten mit rot ja ich glaube schon mal gucken nicht mit dem Board mit dem Board wir haben wieder wir arbeiten wieder an den verschiedenen Diamanten machen wir den mal weg ich werde den nicht durch machen wäre da jetzt ein roter gekommen dann hätte ich vielleicht kurz gezuckt aber so so nicht okay wir machen erstmal weiter let's go rot das ist kein rot auch in rot 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 ich versuch's mal go 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 ich muss den hier den bereit halten weil der da hinten nicht stirbt das ist ja dann auch so eine Sache da muss dann auch der rote Diamant so perfekt unter allen liegen dass auch alle was davon haben ne kommt ja auch immer noch dazu okay also ein Kombo muss muss besser sein aber ich glaube war jetzt erstmal das erste Mal aber war okay also das was ich weiß ist dass wir ab 6 ab Level 6 100k brauchen pro Level Minimum ja hier fängt's mit 100k an und es geht drauf bis 130 oder sowas also also da erstmal eben ganz kurz hier ja das Kostüm kriegen wir nicht voll mit denen ne oh 55 55 ja da müssen wir was anderes machen ich werde sie als nächstes leveln dann gehen jetzt alle die nicht gelb sind da rein vielleicht haben wir Glück 7% haha okay wird ein Dama Kostüm ist das nächste was dann angegangen wird ach blau alter doch kein scheiß mit blau naja okay ich kann wieder mühselig werden auch nix nie 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 das ist auch nix sehe ich auch schon im Ansatz dass da nicht mehr viel los ist aber da das zu lange zu viele Moves zu wenig Kombos jetzt strafft er mich mit es werden immer weniger rote ja ja auch vergessen was soll da kommt mal ganz ehrlich lila diamant keine Kombo nix ne ist auch nix ach ja okay er strafft mich wirklich jetzt haben wir noch ein rote Steinchen aber irgendwann muss er dann rot auch nachkommen vielleicht kommt jetzt ganz viel rot nach ja im verhältnis zu gerade ist das ist ja viel rot was hier nach gerade das können wir natürlich nicht spielen das ist undiskutabel oder komm wir spielen es doch reicht das reicht das nein reicht nicht reicht natürlich Leben verloren ist nicht gut aber die Kombos haben mich dann doch gerade ein bisschen glücklich gestimmt aber war scheiße ja guck mal hier 70 71 da muss definitiv da mehr kommen definitiv das war zu wenig nein ja ich wollte die diamanten machen ah ein doofes Wort jetzt erst recht jetzt ist es erst recht doof ok kann ich hier warte mal kann ich hier nein kann ich nicht kann ich hier ich habe so viel rot ich kann kein diamant machen ich bin allergisch gegen den eis hier man 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 da nochmal so nochmal ran so komm jetzt wenn da gerade ein diamant bei gewesen wäre es wunderbar gewesen was ist das jetzt hier eine beleidigung dieses Board ist eine beleidigung machen wir das erste Level mal gucken ja ich weiß das ist auch eine beleidigung hier ok gut weiter geht's ja da ist ja nur einer mitkommen müssen oder hätte ich das zu einem diamanten machen können und habe es nicht gesehen oh wow hier sollte man mit grün spielen so langsam grün ist ganz stark hier am vormarsch habe ich das Gefühl wenn ich diesen Dölgen gelevelt hätte könnte man es tatsächlich sogar versuchen dölgen ähm ähm vormarsch was ist das denn mit dem grün jetzt auf einmal mach das doch mal mit rot da kommt da kommt da kommt nie ein diamant zustande das ist immer dass diese drei matches dann sich zusammen packen ok was haben wir hier so war keine kombo aber müssen wir irgendwann mal vorankommen weg damit damit sie überall stein das heißt eigentlich müsste die Welle ja so gut wie gekillt werden die kombo ist jetzt gut die da noch kam oh piste ich hau ab oh nein falsch 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 dicker Fehler dicker Fehler ah ich habe erst Kohlen und dann Ares ah ok glaube ich 77 ja ja so jetzt wird es interessant ok nein nein du musst doch den diamanten machen mensch nein nein da verweigere ich mich oh hier auch hier verweigere ich mich auch hm 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 können wir noch machen mit der Kiste mit der Flasche ja das war sehr schön aber ich sehe hier kein durchkommen hiermit auch nicht ne ach herrje ja einmal hier hin einmal die Kiste weg ja die die zwei Energie dann noch weg jetzt sind wir blau mal aufpassen so komm jetzt mach mal ne Kombo löst selber aus ist egal wir versuchen das mal natürlich hätte man jetzt auch durch durchprügeln können bis zum zum Ende ne damit man keinen weiteren Move mehr macht ich war jetzt aber geizig um das ganz ehrlich aber schlecht da okay alles klar so komm jetzt aber hier jetzt immer zunder komm aber auch wieder nicht so brauer diamant alter zeichen dass ich mir blau spielen soll so aber sobald ich mir blau spiele kommt rot man kennt dieses spielchen ja sexuelle energie danke danke für die info blauer diamant ja super kein rot kein noch nicht mal ein rotes match noch nicht mal ansatzweise mach mir doch da einen roten diamanten hin man einmal wieder so jetzt kombiniert ja das war schön das war schön jetzt noch ein bisschen mehr kombo ja 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 immer weiter so jetzt hauen wir die hier raus so wir gehen weiter machen wir erstmal nur die Äxte die dicken Items kommen dann immer später so jetzt bumm 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 nein nein wieder falsch gemacht ok hat mir da falsch gemacht erst Ares dann Kohlen erst Ares dann Kohlen 40 Sekunden 105 jawohl das war gut ok so die anderen müssen jetzt alle höher sein als 105 im Optimalfall ja und das da siehst du schon diesen krassen Sprung einfach also hier geht auch noch mehr hier geht auch noch mehr also da geht überall noch was aber ja man muss halt jetzt gucken dass es halt wirklich die Boards werden und das war das gerade was ich gesagt habe ne du du musst diesen Diamanten machen und der muss direkt aufgehen und dann am besten Fall die ganze Welle killen zweite Welle mit den Eizeln und deine Helden laden ne das ist auch noch so ein Ding also da muss echt viel zusammenkommen der Vorteil hier ist tatsächlich in diesem Event das ist einfacher von den Gegnern her und ähm es gibt auch keine Kisten die dich irgendwie aufhalten ne aber hier nicht jetzt ist zwar viel Rot da aber das war gerade scheiße Zaya macht jetzt noch weiter dann äh spüren wir das doch jetzt ja dauert nur sehr lange hier ganze Kacke komm hau weg hau weg hau weg das war jetzt das war zu viel Kombo zu viel Kombo ist ach ich hab schon wieder falsch gemacht soll nicht wahr sein ja hier mach mal Kagan Kagan haut da nochmal drauf so das war schon ich mach schon gleich ein Scheißfehler da eine Minute eins das ist zu lange das ist zu lange 107 ja das war die Kombo aber wir hätten eher das hätte eher hm sein müssen weißt du ja so direkt nicht so viel rumpillern da aber wir sind auf einem guten Weg ich lass das erstmal so die Scores da so stehen da hätte jetzt der Diamant kommen müssen der Rote kommt kommt er noch komm nein nicht der der grüne Diamant der Rote kommt nicht kommt hier ein roter Diamant nein ich warte ok ach Mann ey aber das ist auch jetzt hier so eine Scheiße wenn das wenn das gerade so anläuft ne wenn das gerade so gut wird dann willst du auch nicht aufhören du willst immer nicht weitermachen ich hasse Events spielen aber ich ich will gerade wirklich äh auch diese 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 100 Minimum 100 bei jedem haben hier ne ich werde schon mal bei 1,85 wenn man das jetzt mal hochrechnet wenn wir bei denen jetzt auch hier 100 kriegen haben wir 1 zahlt 300 1000 mehr dann sind wir bei 2,1 ja sind wir bei 2,1 und der allererste hat 2,400 wir sind also nur 300.000 Punkte hinter dem allerersten nicht schlecht muss man muss man mal fairerweise sagen dafür dass wir zwar auch hier die Board suchen ne aber wahrscheinlich nicht den Hauch von der Zeit reingesteckt haben die der erste da reingesteckt hat ist eigentlich gar nicht mal so schlecht na ne na 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 kann man gar nicht so machen gut nee sorry das ist nix jetzt wird es aber wieder natter Tobak hier ja nein 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 so nicht nein so auch nicht so auch nicht nicht das ist auch nix ich kriege keine roten Steine hier irgendwie kombiniert das ist rot ist nicht vorgesehen für dieses Board auch für dieses Board ist kein rot vorgesehen außer es kommt jetzt noch irgendwo wenn wir das ja so machen nein ja das war nix er hätte jetzt hintereinander aufgegangen was heißt ich mach das mal zu wenig Combo zu wenig Combo aber ich ich möchte gucken ich möchte gucken wo wir da hinkommen würden mit oh shit ey wieder falsch gemacht so ein Dreck alter die ganze Zeit den scheiß Kohlen von Aris das waren zu wenig Combo das ist nicht gut das hätten mehr Combo am Anfang sein müssen 111 ja ist okay aber das hätten mehr Combo sein müssen also ich muss mir merken Notiz an mich falls ich mir das nochmal angucken sollte die letzten die letzten sechs äh die letzten sechs die ab sechs und die vier verbessern oh jetzt interessant okay ein Combo hat gefehlt ja ich mach die jetzt tatsächlich um noch ein bisschen Combo Bonus zu kriegen ja schade war nix war nicht viel zu machen mit Combo Bonus bam bam ah man wieder weg alter weg auch weg man immer diese Kacke immer mit Aris und Kohlen das ist weil ich so dämlich bin immer von links nach rechts scheiße immer von mhm okay 121 das ist aber ein geiler Score das ist nicht schlecht okay obwohl es nicht perfekt ankommen muss man da geht noch mehr ja wenn du jetzt überlegst das was wir jetzt da hatten da jetzt noch in der ersten Runde wir machen den Diamanten der Diamant geht auf unsere Helden sind geladen erste Welle tot zweite Welle mit Items weg dritte Welle bam 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 die ganzen Specials richtig rum hinterher nochmal die Items und dann ist es finito ja also da ist ach warum denn schon wieder da ist da ist noch mehr mehr drin ja warte mal wie hoch kriege ich denn jetzt hier prozentuales Special 85% das wird nicht hinhauen das kann es davon ausgehen das funktioniert nicht dafür kenne ich das Spiel schon genau ich habe einmal bei 95% habe ich es gemacht nein hat nicht funktioniert seitdem mache ich nur noch 100% das andere ist das kommt mir gar nicht ins Haus das wäre ja Potenzial für viele schöne Kombos hier aber nein 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 oh 4 warte mal hier können wir nochmal gucken wir nochmal hier ne das ist nicht das was ich so jetzt aber komm ging sogar relativ gut mit den Scores bisher ich mache das so vielleicht blauer Diamant vielleicht der geht auf ja gut rot komm rot weiter immer rot rot ja ja weiter 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 mit rot nein nicht so mache ich nicht weiter und nur mal gucken ja guck mal das ist ja das ist dann der Lebensbonus der dann auch noch abgezogen wird ne ok ok wenig kombo aber ich versuch's vielleicht kommt ja jetzt die kombo wow gar keine kombo das ist das ist traurig das ist echt traurig also das ähm müssen wir nochmal machen sicherlich auf jeden Fall wobei auch Kargan gar nicht am Start ist jetzt habe ich falsch rum gemacht man man warum komm Kargan gib alles reicht ja ach mein das ist ja scheiß Aris und Kohlen jedes Mal und ja das war echt scheiße 108 mal gucken was hier drin ist oh wow Wintermantel also das war natürlich jetzt nix von den Kombos her ne da hat uns komplett komplett der Kombobonus gefehlt aber sowas von das muss äh was soll man machen aber wir haben es zumindest schon mal so geschafft aber äh sieht man ne also kann ich kann ich mir gut merken dass ich da verbessern muss nein nein das wird auch nix eigentlich ein ein Move muss zu einem Diamanten führen los hier geht's auf geht's Freunde let's go wir müssen wir müssen durch go 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 ach nicht nicht die Items wechseln man du du sollst die Feuer noch nicht wechseln du Trottel so jetzt Aris vorher ja die Dinger hier auch weg damit weg damit alles weg alles muss raus ja ja das war gut das war gut komm komm hör auf 36 Sekunden komm was ist es komm 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 ja jawohl das ist schön oma wel platz bin ich denn wo bin ich denn jetzt gelandet ok ein Rang ist 508 das ist doch geheimbar so schlecht top 100 ist undiskutabel ja aber top 1000 warum warum nicht obwohl top 100 ist jetzt top 100 ist ein bisschen noch entfernt man aber nicht schlecht also so bin ich erstmal zufrieden wir können jetzt noch mal individuell hier noch mal gucken also ähm welchen ich definitiv noch gerne verbessern möchte also ich glaube also 130 war glaube ich das höchste was ich gesehen habe also mit dem bin ich safe mit den letzten beiden bin ich safe zufrieden den werden wir verbessern und dann die also 4 6 7 8 ich nehme ich nehme erstmal den hier aber du siehst wie lange du für so ein für so ein Quatsch suchen musst und neu machen musst und so das ist halt das was immer sehr nervig ist aber ich muss dazu sagen so sehr wie ich es hasse aber wenn du die guten Scores siehst dann macht es in dem Moment Spaß ja aber so generell wenn ich jetzt weiß jetzt muss ich Event machen wie lange braucht der denn noch hier um diese eine Energie aufzufüllen 5 Minuten naja so viel Zeit habe ich nicht dann ist das so muss ich jetzt aber wenn du dann dabei bist und siehst okay ich kletter immer weiter nach oben macht schon Spaß und wenn du und wenn du eher so ein Typ bist der dann sagt friss oder stirb alles oder nichts entweder komme ich ich spiele so lange bis ich in der Top Ten bin oder sowas dann wirst du irgendwie da auch hinkommen aber du musst halt so viel Zeit so viel Wildenergie da reinballern Items muss man ja mal fairerweise Items gar nicht mal so viel wenn du wirklich nur diese ganz krassen Bots nimmst diese ganz krassen wo du dann siehst Diamant geht auf also bildet sich geht auf in einem Move und so weiter dann sind das nicht viele Items wenn man so wie ich bis vor zwei Events oder so drei Events ähm auch so so mittlere Boards versucht hat irgendwie zu machen so aus aus Verzweiflung dann verballerst so viel aber wenn du wirklich nur diese krassen Boards nimmst eigentlich nicht ja dann dann hält sich das eigentlich in Grenzen muss man so sagen was natürlich schnell flöten geht sind die äh Flaschen ne deswegen deswegen kannst du die auch an jedem äh bei jedem Event irgendwie mitziehen und mitkaufen und äh beschwören und ach beschwören wohl eher nicht ich glaub Flaschen kann man noch nicht beschweren das wär's nein aber gibt's halt in jedem Angebot irgendwie mit dann dabei ne und jetzt ist es halt so jetzt muss halt wirklich jetzt spielst du nur noch hier auf auf Score also wirklich nur noch gucken ähm das jetzt jetzt sind wir praktisch an der Stelle wo ich sag es muss der Diamant so wie es vorher auch bei der Diamant muss da sein er muss selber auslösen und dann können wir weiterspielen weil alles andere dafür war unser vorheriger Score schon gut genug das dauert hier schon alles zu lange ein Move Diamant muss da sein Feierabend ciao so ne ne es ist schon zu schlecht also ich sag so wird man seine Energie auch los das ist jetzt hier ein bisschen rot aber naja hätte ein Diamant sein müssen der sofort auslöst nur dann verbessern wir und nur dann lohnt es sich auch die Items einzusetzen das ist der Fehler den ich vorher immer gemacht habe ein Diamant das war der Fehler den ich vorher immer gemacht habe ich bin dann auch bei solchen Boards dann all in gegangen was dann natürlich in die Items reingeht und doof ist aber das ist der Lernprozess durch den ich jetzt gegangen bin so guck mal selbst das jetzt jetzt habe ich mir den Diamant gemacht aber das waren zu viele Einzelmoves ohne Kombo nicht gut ist der war glaube ich auch scheiße mal gucken ob wir den verbessern können wenn jetzt hier wenn jetzt hier der Rote mitgekommen wäre so theoretisch ja aber da sind mir die Items da bin ich jetzt geizig da sind mir die Items zu schade okay also das waren die Runs der Rest wie gesagt den Rest mache ich am Handy ich gucke nochmal ich muss Scores vergleichen ja meine also meine sind ja offensichtlich jetzt hier ich würde jetzt einfach mal behaupten die sind nicht schlecht sondern das Video das ist jetzt spätestens heute könnte Samstag sein dass es rauskommt ja und sind alle Videos draußen und dann kann man hat man auch noch genügend Zeit eventuell was zu verbessern Science Scores die anderen die sieht man dann wie gesagt das Feintuning das mache ich am Ende und dann sehen wir wohin die Reise geht ja also Top 100 höchst wahrscheinlich also das wird ich denke ich werde die Top 1000 versuchen wir irgendwie safe zu machen also wir sind jetzt 588 dass wir da irgendwie reinkommen ja und dann sehen wir einfach wohin die Reise geht also Freunde dann euch viel Glück wir sehen uns macht's gut vielen Dank fürs Zuschauen ciao und dann